Ein Projekt, was jetzt gerade erfolgreich gestartet ist, ist, wenn der Kunde morgens anruft und sagt, ja, wo wart er denn, warum seid ihr denn nicht gekommen? Dann mussten wir bisher sagen, das können wir Ihnen sagen, wenn die Tourmannschaft zurück ist, dann erfahren wir, warum die das nicht geleert haben. Jetzt ist das elektronisch rückgemeldet, können wir sagen, naja, weil bei Ihnen abgeschlossen war. Der Hauswart hat nicht aufgeschlossen. Das ist natürlich ein ganz anderes Auftreten dem Kunden gegenüber und spart uns auch die Arbeit des zweiten Anrufs. Also das ist nur ein Beispiel, die Kundenplattform generell, Rechnung elektronisch und all diese Sachen, die, glaube ich, jeder generisch hat, wenn er Kundenbeziehung hat.